Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und somit den Kanal unterstützt. Falls du das letzte Infovideo noch nicht gesehen hast, wo ich über die Betrugsmaschen der Trading-Abzocker gesprochen habe, kannst du hier rechts oben jetzt auf das kleine i klicken, um zum letzten Video zu gelangen. Heute möchte ich euch einmal erklären, unter welchen Umständen es legal wäre, euch am Telefon zu bewerben und Produkte zum Verkauf anzubieten. Aber Gesetze und Realität sind leider noch immer weit voneinander entfernt. Mich rufen täglich unzählige Firmen an, die dazu eigentlich niemals eine Berechtigung erhalten haben. Ich möchte euch hier zuerst einmal zeigen, wie es abläuft, wenn ihr legale Telefonwerbung erhaltet. Also wenn ihr damit wirklich einverstanden seid, dass man euch anruft. Das kann in manchen Fällen auch mal praktisch sein. Zum Beispiel dann, wenn man von einer bestimmten Firma einen neuen Handyvertrag haben möchte und man dazu hin und wieder auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diese Firma eben so anbietet. Hier gibt es verschiedene Wege, wie man euch legal anrufen darf. Der erste Weg ist, du erhältst ein Schreiben und du unterschreibst handschriftlich mit deiner Unterschrift und bestätigst mit einem Kreuz an der entsprechenden Stelle, dass man dich anrufen darf und sendest diesen Brief per Post zurück. Das darf hier auch ein kleiner Abschnitt auf dem Vertragsformular sein, muss allerdings abgetrennt vom Rest sein und gesondert von dir unterschrieben werden. Alternativ ist das Zurückschicken des handschriftlich unterschriebenen Zettels auch eingescannt via E-Mail oder sogar per Fax an den Empfänger OK. Hier ist einfach nur wichtig, dass ihr eben unterschrieben und mit dem Kreuz die Willenserklärung bestätigt. Dann gibt es noch die Methode, dass du dich auf der Webseite für Telefonwerbung selbst freischaltest. Hierzu trägst du deine Telefonnummer in das dafür vorgesehene Feld ein und bestätigst die Werbung mit einem kleinen Häkchen an der entsprechenden Stelle, wo du eben um Einwilligung in die Telefonnummer gebeten wirst. Danach wirst du meistens auf eine zweite Seite weitergeleitet, wo du einen Bestätigungscode eingeben musst. Wenn du deine Handynummer oder eine SMS-fähige Festnetznummer eingegeben hast, erhältst du hier eine SMS mit einem meist 4- bis 6-stelligen PIN-Code, der aus Zahlen besteht. Dieser muss dann manuell stellvertretend für deine Unterschrift in das Feld eingegeben werden. Mit dieser Eingabe des PINs und dem Absenden des Formulars hast du dann unterschrieben und in die Telefonwerbung eingewilligt. Das Unternehmen, bei dem du dich hier dann einträgst, kann dann hier auch technisch nachweisen, dass diese Eingabe erfolgt ist. Bei Festnetznummern, die keine SMS erhalten können, ruft euch kurz ein Telefonautomat an und gebt euch eine PIN per Sprachcomputer durch. Das hört sich dann wie folgt an. Ihr persönlicher Code lautet 2, 1, 3, 1. Ihr persönlicher Code lautet 2, 1, 3, 1. Dieser PIN wird von der Stimme am laufenden Band wiederholt. Mehr passiert am Telefon nicht. Es sitzt dort also auch kein echter Mitarbeiter. Den PIN-Code gebt ihr dann wieder auf der Webseite wie diesen zuvor genannten SMS-Code ein. Ist also die gleiche Methode, nur eben über einen Sprachcomputer anstatt der SMS. Eine dieser drei vorgestellten Varianten muss jede Firma mit euch durchführen, die euch für Telefonwerbung anrufen möchte. Da gibt es kein Wenn und Aber. Meines Wissens nach gibt es keinen weiteren legalen Weg, dass man euch zum Zwecke eines Verkaufs am Telefon anrufen darf. Soweit ich das verstanden habe, reicht es also nicht mehr aus, nur einen Haken auf einer Webseite zu setzen, um angerufen zu werden. Man benötigt dazu immer entweder noch deine Unterschrift oder eben diesen PIN-Code. Denn nur so kann der Werbetreibende eigentlich sicherstellen, dass du auch wirklich du bist. Würde es diese Sache mit dem PIN-Code oder der Unterschrift nicht geben und ich habe deine Nummer und möchte dich wieso auch immer ärgern und dir schaden, dann könnte ich deine Nummer ja überall eintragen und dafür sorgen, dass du Telefon-Terror erleidest. Und genau aus diesem Grund hat man diese Hürde mit dem PIN-Code und der Unterschrift oder der Unterschrift eingeführt, um genau so einen Missbrauch zu vermeiden. Bei zum Beispiel den illegalen Gewinnspielen im Internet läuft das alles komplett anders ab. Also eben komplett ohne diese Sicherheitshürde. Oft werdet ihr mit großen Gutscheinen namenhafter Firmen wie zum Beispiel Ikea, Rewe, Bosch, Amazon oder wen auch immer auf eine Gewinnspiel-Webseite gelockt. Angeblich kann man einen 100, 500 oder sogar 1000 Euro Gutschein gewinnen. Dazu musst du nur deine Daten angeben. Das kann schon ganz schön verlockend sein. Die Eintragung geht in der Regel auch recht einfach und schnell. Geschlecht, Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse. Um die Überlegung von dir noch ein bisschen zu beschleunigen, wird das Angebot künstlich eventuell noch mit einem Timer verknappt, der runterläuft. Das ist natürlich nicht auf jeder Gewinnspiel-Webseite so, wird aber recht häufig eingesetzt. Naja, und dann klickt ihr auf Weiter, um euch anzumelden. Und dann läuft da meistens wieder ein Timer, wenn es den vorher schon gab. Schnell noch die Adresse und Telefonnummer angeben, dann ist es schon geschafft. Ah ja, und die AGB und Nutzungsbedingungen nicht vergessen, ist ja klar. Wer liest sich das schon durch? Schnell das Häkchen gesetzt. Na ja, genau hier sind dann oft sogenannte Sammelfreigaben versteckt, wo dann drinsteht, dass man eure Daten an sämtliche Firmen verkaufen wird. Aber halt, selbst wenn das dort drinsteht. In Deutschland ist eine Sammelfreigabe nicht erlaubt. Ihr erinnert euch, was ich zu Beginn gesagt habe. Für die Telefonnummer benötigt es dieses sogenannte Double-Opt-In, zu Deutsch Doppel-Opt-In oder doppelte Bestätigung, also das mit der Unterschrift oder dem PIN. Und zwar für absolut jede einzelne Firma, die euch anrufen möchte. Da kann also in den AGB oder in den Nutzungsbedingungen noch so viel drinstehen. Hier darf gar nicht erst drinstehen, dass man eure Daten für Telefonwerbung verkauft. Ihr müsstet jeden dieser Anrufe einzeln mit der genannten Methode verifizieren. Und darauf scheißen diese Gewinnspielbetreiber einfach. Es kommt aber noch toller. Das Gewinnspiel, an dem ihr da teilnehmt, habe ich noch nie, aber auch wirklich noch nie davon gehört oder gelesen, dass hier auch im Ernst mal irgendjemand etwas gewonnen hat. Das ist also alles nur Blabla und dient lediglich dazu, euch dazu zu bewegen, eure Daten herzugeben und euch dann am Ende selbst das Leben schwer zu machen. Lasst daher unbedingt bitte die Finger von solchen Webseiten. Oder aber rufst bei der Firma an, um die es geht und fragt dort nach, ob die Seite echt ist und dieses Gewinnspiel existiert. Es gibt sicherlich auch seriöse Gewinnspiele. Aber hier muss man eben vorsichtig sein, denn ein Gewinnspiel dient fast immer dazu, irgendwelche Daten zu sammeln. Übrigens, nur noch mal so am Rande. In den AGB kann gesetzlich auch nichts darüber stehen, dass sich ein kostenloser Vertrag dann in ein Abo oder dergleichen wandelt. Die AGB dienen dazu, den Vertrag zu regeln. Preise und Kosten müssen noch mal gesondert aufgeschlüsselt werden. Das bedeutet, dass in den AGB nur stehen kann, wie sich das Ganze verlängert. Reicht aber alleine nicht aus, um euch einen kostenpflichtigen Vertrag an die Backe zu nageln. Es muss immer am Angebot selbst stehen, wenn es sich um ein kostenpflichtiges Angebot handelt oder ein kostenpflichtiges Angebot wird. Versteckt in den hunderten Seiten der AGB ist das nicht erlaubt. Nun gut, zumindest sind diese Sammelfreigaben nicht legal und in Deutschland rechtlich verboten. Es gibt nur eine Ausnahme, wieso euch eine Firma ohne Erlaubnis anrufen darf. Zum Beispiel habt ihr etwas gekauft und die Firma ruft euch an, weil es Probleme oder eine Rückfrage bei einer Bestellung gibt. Oder die Firma möchte, ohne euch etwas Neues zu verkaufen, aus echtem Interesse noch mal nachfragen, ob ihr mit diesem Produkt, das ihr gekauft habt, auch hinterher zufrieden seid. Dabei darf es dann aber nicht mehr um einen weiteren Verkauf gehen. Also alles, was den reinen Kundenservice angeht, darf man auch ohne Einwilligung anrufen und telefonisch eben auch mal nachfragen. Man hat ja eine Geschäftsbeziehung und die sollte man eben auch pflegen. Und ja, es gibt sie noch, die Firmen, die nachfragen, ob man zufrieden ist. Zumindest habe ich das in der Firma, in der ich arbeite, mal eingeführt. Letztendlich hat der Kunde mehrere hundert Euro bei mir gelassen. Da finde ich, sollte ich auch noch mal nachfragen, ob der Kunde auch wirklich zufrieden ist mit dem, was er gekauft hat. Schließlich melden sich Kunden, die unzufrieden sind, eher selten wieder von allein. Beim Thema E-Mail-Werbung läuft das Ganze noch etwas anders ab, wird aber auch fast immer von den Werbetreibenden missachtet, zumindest von denen, die nicht seriös arbeiten. Wenn ihr eure E-Mail angebt, reicht die Angabe selbst auch nicht aus, um euch Werbe-E-Mails zuzusenden. Ihr erhaltet hier, wenn das Verfahren seriös abläuft, eine Bestätigungs-E-Mail, wo ihr auf einen Link klicken müsst, um eben eure E-Mail zu bestätigen. Das ist deutlich einfacher, als das mit der Telefonwerbung und dem Doppel-Opt-In. Leider halten sich betrügerische Webseiten aber auch hier nicht an. Was bedeutet, dass man Massen an Spam-Werbung bekommt, die ihr gar nicht haben wolltet. Allerdings ist es hier noch relativ einfach, dagegen etwas zu tun. Entweder man erstellt sich eine neue E-Mail-Adresse und vergisst dann die alte oder man richtet sich ein gutes Postfach mit entsprechender Filterfunktion ein. Beim Telefon hilft gegen die illegalen Anrufe meist leider nur noch ein Rufnummerntausch, was beim Anbieter, also beim Telefonanbieter, in der Regel dann auch leider Geld kostet. Wenn eure Telefonnummer einmal in den Umlauf gekommen ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Anrufe jemals von allein wieder aufhören werden. Die Datensammel-Webseiten verdienen daran einfach viel zu viel Geld, als dass sie von alleine aufhören würden, eure Daten weiter zu verkaufen. Letztendlich können sie eure Daten ja auch dann weiter verkaufen, selbst dann, wenn es diese Webseite selbst gar nicht mehr geben sollte. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Infovideo wieder mal etwas aufklären und euch aufzeigen, unter welchen Umständen ihr wirklich erst angerufen werden dürft und unter welchen eben nicht. Wenn ich noch etwas vergessen haben sollte, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wer möchte, kann auch gerne seine eigenen Erfahrungen mit uns teilen. Hinterlasst auch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Infovideo gefallen hat. Und vergesst bitte nicht, eure Familie, Freunde, Verwandten und Bekannten darüber zu informieren, wie das mit der Telefonwerbung abzulaufen hat. Ihr dürft den Link des Videos oder auch meines Kanals selbstverständlich überall teilen und verbreiten. Und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ich danke dir, dass du reingeschaut hast und freue mich, wenn du auch wieder beim nächsten Video dabei bist. Ciao, ciao!